hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin auf die jagd nach dem ticket und ich muss mal wieder stage of survival spielen muss ich mal wieder ins leeren weil ich das großartig untergrund hatte also dann bis gleich o o was sehe ich da ich habe game kopfhörer geworden geworden im wöchentlichen gewinnspiel schön dann lösen wir mal ein jahr hurra so jetzt muss ich alles ausfüllen jetzt habe ich gerade die adresse und so alles eingegeben jetzt soll ich eine nachricht reinschreiben und mir ein foto aussuchen das würde ich dann mal machen schauen ob ich ein foto von mir habe so jetzt habe ich noch ein foto eingegeben das foto muss groß sein 1856 x 996 den größten hat er bei mir nie erkannt hat auch lang genug gedauert um das herauszufinden habe ich noch einen kleinen kommentar dazu geschrieben und jetzt schreibe ich auf posten und beanspruchen ok und jetzt kommt meine belohnung irgendwann mal an hurra und zurück zum spiel starten ich wollte das ja eigentlich nur so lange spüren bis ich was gewonnen habe jetzt bin ich noch ein überlegen was ich jetzt eigentlich danach mache ich denke mal dies hier mache ich das noch zu ende weil es sind noch ein paar tage und danach bin ich so einen monat in urlaub und mal schauen was ich da mache was ist das verblieben ist halt nutzen geht nicht ich möchte die sachen einsammeln wir leuchtet wir aktivieren kostet geld wollen wir nicht brauchen wir nicht da war doch was da jetzt muss man schnell gucken was hier noch so machen kann die zeit die läuft uns davon die zeit die läuft uns davon mission einfordern 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 ok helden level 4 rangaufstieg ok mission abgeschossen schön zehn punkte allianz krieg verschwärten abusive dieses in wie sie clean mon Hm. Dann schauen wir mal die Nachrichten an, was haben wir da schon in der Sorte gibt es was. Ah hier, alles erhalten. Warum kann ich das nicht erhalten? Keine Ahnung, keine Ahnung. Zwei Nachrichten noch bei Krieg. Da hat eine 1 geleuchtet. Ach das wird das. Events. Einfordern. Ein zurück. Da unten ist noch was. Jetzt geht es wieder in Krieg. Ich will mich schon wieder kämpfen. Alles nehmen. Oh, da kann ich nicht so ein bisschen. Und jetzt geht's. damit er schrot findet steht er ja nur einfach rum sie sind sie in ganzer linie oder auf ganzer linie egal aber sie dann machen wir den auch noch, den Boss jawohl, ja, ja, komm, da, 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 alles nehmen und da auch alles nehmen so 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 server wartung ich denke ich bin sowieso jetzt gleich fertig daher nicht schlimm erwarten wir noch mal hier so sind wir nicht schon fertig oder zählt er das jetzt nicht mit ich schau mal sind wir fertig oder nicht wir haben es doch noch geschafft ja so ticket einlösen und dank fürs zuschauen ich habe heute wirklich guten tag weil ich habe was gewonnen wo ich schon seit einem monat drauf hatte das wäre natürlich die drohne gewesen oder der computer aber wir sind ja nicht so und freuen uns auch schon über ein headset gut also dann bis zum nächsten mal ciao ciao